Mein Name ist Lars und ich hatte bei der ABC Challenge mitgemacht, weil ich mal wieder ein bisschen in Form kommen wollte und auch gemerkt habe, dass bei intensiven Training man doch immer schlapp ist, wenn man halt nicht vernünftig ist. Das hat sich in den zwei Monaten auf jeden Fall gut verändert. Ich bin wesentlich leistungsfähiger und habe auch weniger Regenerationszeit und auch so, das Kochen macht auch wieder mehr Spaß, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat.